Hallo, ich bin Anna von EinfachNähen und mit meinen Tipps und Tricks möchte ich dir helfen, dass das schönste Hobby der Welt noch ein kleines bisschen einfacher wird. Und in diesem Video zeige ich dir, wie man eine Jeans kürzen kann. Viel Spaß! Eine der am häufigsten gestellten Fragen ist, kannst du mal zeigen, wie eine Jeanshose gekürzt wird? Und genau das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt und zwar so, dass du noch den Originalsaum der Jeans unten behalten kannst. Und man die Änderungen so gut wie gar nicht sieht. Eine kleine Information vorweg, dieses Tutorial funktioniert nicht bei Hosen, die unten kein gerades Bein haben. Also insbesondere, wenn du eine Schlaghose hast oder eine Bootkathose oder den umgekehrten Fall mit einer Karottenröhre. Da funktioniert das nicht, beziehungsweise nur eingeschränkt. So ein paar Zentimeter wird man da auch mit abnehmen können. Aber wenn du tatsächlich um 6, 7, 8 oder noch mehr Zentimeter kürzen willst, dann funktioniert dieses Tutorial leider nicht. Aber jetzt gehe ich erstmal ins Detail, wie ich die richtige Länge finde und natürlich dann auch, wie die Hose entsprechend richtig gekürzt wird. Hier kann man schön sehen, dass mir diese Hose deutlich zu lang ist. Ich trete nämlich immer hinten drauf. Das mag zwar ganz nett aussehen, wenn das hinten auch so ein bisschen ausfranst, aber das ist hier deutlich zu lang, sodass ich immer über die Hosenbeine drüber stolper. Deswegen klappe ich jetzt einmal das Hosenbein auf die richtige Länge, so wie ich das gerne haben möchte und fixiere das Ganze erstmal mit ein paar Klammern. Alternativ kannst du natürlich auch Stecknadeln benutzen. Dann immer mal wieder zwischendurch schütteln, ob das dann auch im Stand genau die richtige Länge hat. Und dann kann ich nämlich an anderen Stellen das Ganze nochmal fixieren, die Hose ausziehen und dann mit meiner eigentlichen Änderung beginnen. Dafür messe ich jetzt zunächst einmal aus, ab dem Saum, um wie viel Zentimeter ich meine Hose nach oben geschlagen habe. Und das sind in meinem Falle 13 Zentimeter. Von diesem Wert muss ich jetzt die Hälfte nur nehmen. Sonst mache ich nämlich mein Hosenbein gleich doppelt so kurz, wie ich es eigentlich haben möchte. Also in meinem Falle muss ich jetzt den Saum so weit nach oben schlagen, dass ich 6,5 Zentimeter noch übrig habe. Und hier kann man jetzt auch schön sehen, warum das mit einer Bootcut oder auch mit einer starken Karotte nicht so gut funktioniert. Weil nämlich hier der Umfang von dem Hosensaum zu dem Teil, wo ich das nachher dran nähen möchte, ja nicht identisch ist. Deswegen geht das tatsächlich nur mit Hosenbeinen, die einigermaßen gerade geschnitten sind oder auch etwas Elastananteil haben, sodass man sich das noch ein bisschen glatt zieht. Wenn ich das jetzt alles fixiert habe, dann achte ich auch noch darauf, dass die Seitennähte übereinander sind und dann wird genau hier in diesem Nahtschatten genäht. Und hierfür nutze ich am liebsten den Blindstichnähfuß. Der hat in der Mitte noch so einen kleinen Steg und kann dementsprechend genau in dieser Ritze einmal entlang geführt werden. Du kannst alternativ aber auch ein Reißverschlussfüßchen nehmen. Hier sieht man das jetzt ganz genau. Dieser Schieber in der Mitte läuft jetzt genau an der Kante entlang. Und an diesen Stellen, wo jetzt die Nähte aufeinandertreffen, da mit Vorsicht arbeiten, weil hier doch einiges an Stoffschichten übereinander sind. Und hier wirklich mit Gefühl arbeiten, sonst bricht einem nämlich ganz schnell auch mal die Nadel ab. Also hier relativ langsam nähen und wenn man hier einmal dann drüber ist und nur noch zwei Stofflagen übereinander liegen, geht das Ganze ein bisschen einfacher. Bis man dann auf der anderen Seite beim nächsten Knubbel wieder angekommen ist. Da ich übrigens keine Freiarmmöglichkeit habe, habe ich jetzt hier die Hose einmal auf links gezogen und nähe jetzt im Hosenbein. Ja und hier bin ich wieder an dem dicken Knubbel angekommen. Dieser ist noch viel schlimmer als der auf der anderen Seite, weil hier noch mehr Stoffschichten übereinander liegen aufgrund dieser Kappnaht. Deswegen hier besonders vorsichtig nähen, damit du dir hier, wie gesagt, keine Nadel abbrichst. Manche schlagen an dieser Stelle auch noch ein bisschen mit dem Hammer auf den Stoff, um das ein bisschen platter zu kriegen. Habe ich noch nicht getestet, aber vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit für dich, damit du mit deiner Maschine dort besser klarkommst. Der überstehende Stoff wird dann jetzt abgeschnitten und es empfiehlt sich hier an dieser Stelle vielleicht noch einmal vorher die Jeans anzuziehen und wirklich zu überprüfen, ob man es auf die richtige Länge dann gekürzt hat. Und wenn du dir sicher bist, dass es die richtige Länge ist, dann wird jetzt der überstehende Stoff einmal so abgeschnitten, dass du etwa 1 cm Stoffkante übrig lässt. Jetzt kannst du den Originalsaum nach außen schlagen und so sieht das Ganze dann einmal von außen gesehen aus. Wie du siehst, sieht man so gut wie nichts. Da muss man tatsächlich dann schon wirklich sich das Hosenbein unten mit einer Lupe angucken. Und wenn es jetzt schnell gehen soll und dir egal ist, wie das Hosenbein von innen aussieht, dann kannst du die Nahtzugaben jetzt einfach zusammen mit einem Zickzackstich versäubern. Es gibt aber noch eine etwas elegantere Methode, ohne dass man mit dieser offenen Naht in der Hose arbeitet. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt auch noch. Auch dafür trenne ich nämlich einmal die Originalsaumnaht auf. Dafür gehe ich jetzt mit der Spitze meines Nahtauftrenners in jeden einzelnen Stich der Naht einmal rein und durchtrenne diesen Stich. Das ist also der Unterfaden, den ich dann jetzt hier habe. Das hat den Effekt, dass auf der gegenüberliegenden Seite der Oberfaden nicht mit durchgeschnitten wird, sondern hier an einem Stück bleibt. Das kann man jetzt einmal rundherum machen, dass man wirklich hier jedes einzelne Stichlein von der Naht einmal mit dem Nahtauftrenner durchtrennt. Das ist natürlich bei so einer Jeans eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit, deswegen mache ich es mir hier etwas einfacher. Ich führe nämlich den Nahtauftrenner jetzt einmal mit dem roten Ball an der Naht entlang und schiebe den Nahtauftrenner hier in diesem Tunnel entlang, sodass ich hier mit dem Messer die komplette Naht einmal durchtrenne. Hierbei bitte aufpassen, dass du nicht aus Versehen zu tief reinstichst und dir dann ein Loch in den Hosensaum machst. Also ein bisschen Fingerspitzengefühl ist hier gefragt. Und jetzt kann ich an dieser Stelle, wenn ich jetzt auch die dicken Teile dann geöffnet habe, mir einmal die Nahtzugabe in die Originalsaum hineinlegen. Das ist ja hier das, was ich eben abgeschnitten habe. Das klappe ich jetzt in den Saum und klappe den Saum dann wieder über diese Nahtzugabe drüber, sodass ich innen eben nicht diese, ja nicht ganz so schöne Zickzacknaht habe, sondern das Hosenbein auch von innen später original und schön aussieht. Im nächsten Schritt nähe ich jetzt von der rechten Seite genau dort, wo die Originalnaht entlang gelaufen ist. Das kann man hier sehr schön sehen, weil sich das Farblicht dann ein bisschen absetzt. Und dafür nehme ich dann ein Garn, was auch entsprechend die Farbe hat, die vorher der Originalsaum gehabt hat. Dafür gibt es extra Jeansnähgarn, das ist etwas dicker. Und ich habe die Stichlänge etwas erhöht, etwa auf vier, damit das ungefähr auch der Stichlänge der Originalnaht entspricht. Hier immer dann mal wieder zwischendurch gucken, ob denn die Nahtzugabe auch tatsächlich mit im Originalbund gefasst ist. Und wenn ich jetzt einmal rundherum bin, dann sieht das von innen so aus. Hier das hellblaue ist die Naht von dem Kürzen. Da könnte man natürlich auch eine andere Garnfarbe nehmen. Und so sieht das Ganze dann von außen aus. Hier mal im direkten Vergleich, rate mal selbst, was ist Original und was ist gekürzt? Ja, jetzt kann man es so ein bisschen erkennen, oder? Links ist die gekürzte Variante und rechts ist der Originalsaum. Aber ich finde, hier muss man schon wirklich mit der Lupe arbeiten, um hier einen Unterschied zu erkennen. Und zum Schluss noch ein kleines Tragebild mit dem direkten Vergleich gekürzt und ungekürzt. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ciao! Ciao!